Hahhh Ach ja Da steht er Ja, die Krankenakte Aber wir gucken mal Nicht die Krankenakte Ja, auch nicht cevich Henry Adams Wir gucken mal bei Wabin, na? Steht da auch noch offen Timidake Student, Gosling City, blau-schwarz. 1,83, 86 Kilo, Batman, 436, August 1989. Der junge Tim Drake wurde Zeuge, wie die fliegenden Grayson's ermordet wurden. Von Batmans Heldenmut in jener Nacht inspiriert, verfolgte er von da an mit großem Interesse Batman und Robins Taten. Ah, das ist nicht der richtige Batman, ne? Äh, Robin, meine ich. Letztendlich gelang es Tim mit seinen selbst erlernten Detektivkunsten die geheimen Identität von Bruce Wayne und Dick Grayson, der inzwischen als Nightwing in Aktion trat, aufzudecken und sie davon zu überzeugen, dass es ihm endlosen Kampf für die Gerechtigkeit einen neuen Robin bräuchte. Nachdem Batman ihn mit einem harten Trainingsprogramm auf die Probe gestellt hatte, wurde Tim verdienterweise der neue Robin. Seitdem machte er diesen Namen alle Ehre. Ah, da gab es vorher schon einen Robin gewesen, siehste. Aha. Kennt mich nicht so aus, so. Ich habe zwar alle Arkams Teil gespielt, aber Arkams drin vor. Ähm, herausragende detektivische Fähigkeiten von Batman zum Verbrecher und Kämpfer, ausgebildet Arsenal von den Ausrüstungsgegenständen und fortschrittlicher Technologie. Hochintelligent. Aha. Der kommt uns noch hinter. Deiner Robin. Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast ja gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können. Klassischer Joker-Zug. Etwas wahrhaft Schönes passiert hier, Betz. Gott. Nervt doch nicht mit dem Scheiß. Der kotzt einen an. Dann machen wir das mal. Das war nochmal die Aufgabe. Also, ich buchere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmittel-Nonsens. Ha! 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 Oh, Bruce. Vergiss das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham 9 zu erledigen. Das wird dein Abgesang. Die letzte gute Tat, die du vollbringen wirst. Ich bin ein tolles Teufel, Heinrich. Du hättest ein Gott um haben können. Ihr seht die Menschen in Trost leben. Passt aber stattdessen. Ich bin ein tolles Teufel. So, jetzt war die falsche Do, ne? Du bist immun gegen mein Totschi. Du bist immun gegen mein Totschi. Aber wenn die Finsen sind, dann ist es warm. Aber es war's. zwar die falsche tone hätte uns auch holen können aber ich konzentriere mich jetzt auf die hauptmission ja ich wollte den nicht daheim das klatschen nicht dagegen wissen das oder die bank nein wenn das versteckt ist dann nämlich das einfach nicht also wenn es versteckt ist dann nämlich ist aber so perfekt gelandet im eindruck mit dem relais chip kann ich die drohnen zeitweise blenden das gibt mir genug zeit die beiden radartürme lahmzulegen unterbricht vorübergehend die drohnen zielerfassung also hier im neues gerät die dhg drohnen unterbrecher da muss man hin guckst genau richtig ich muss das radar zerstören bevor die drohne wieder aktiv wird die antenne wäre erledigt die erste ich weise einen techniker zu negativ das war das ist jetzt hoch so die bewohner von gotham werden hier geliebt ist zu hause und man kann man hier besser sehen kümmere dich nicht um die ausständischen die lassen uns in ruhe was macht dich da so sicher die stadt ist in der hand der gangs scanfro steht ganz oben in der hackeordnung und keiner dieser penner wird sich mit seinen leuten anlegen wollen das sind gute mehr aus das dicke ist schon einmischen soll alter das könnte besser aua ua scheiße alter man ha sterben mit der gewissheit dass sie alle leiden werden allesamt ja komm halt die fresse halt die fresse halt die fresse halt die fresse was bin denn jetzt jahre mich aufstufen aufstieg so riesen toll jetzt haben sie ihren ganz zur ersten position da ist nix mehr da ist nix mehr derход der dritter ab ab rupp oder das denn kurzer lek oder der textur deutlich wer hätte das gedacht der große büse batman hat also schon wenn sie Spiegelbild. Hey? Na egal. Sagt dazu nichts mehr. Ich hoffe, die Fledermaus taucht auf. Ich hole mir den Skype von dem Bundesamt. Nicht zu fassen, dass er von diesen Luftschiff mitkommt ist. Wir hatten ein paar gute Männer drauf. Ich hole den Multi-Axe heute mal. Bleib wachsam, Männer. Wir können uns kein... Scheiße. Fack dich. Was machst du? Fack dich. Wo wartest du, Batman? Wer beobachtet uns? Ich weiß es. Äh, nein. Eigentlich, ja. Blödi sind, Alter. Daneben. Daneben. Die ist ein Schwert-Typ, ne? Fertig. Fuck you, Alter. Was war das denn? Wer bekämpft jetzt das Verbrechen? Robin? Nightwing. So. Jetzt hab ich's dir gegeben. Warum hätt ich mir hier gesetzt? Unfassbar. Ich hab mir noch hier gesetzt. Ja, wie ist denn das? Komm, durchladen. Mal sehen, ob er so gut ist, wie alle sagen. Sind die Geschützer online? Bestätigt. Wir dürfen das heute nicht verheirren. Es ist das Einzige, was ihn davon abhält, sein Panzer auf diese Insel zu bringen. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Neidgut da. Dein Gesicht bei seinem Anteil. Schnauze, ich will einfach weitermachen. Wie lame ist das denn, Witze? Nimm mal auf, die ist ein Dach. Ein paar gute Männer da auf. Die haben mich, die haben mich gesehen. Bleib wachsam, Männer. Wir können uns keine Nachlässigkeit leisten. Fuck, die gucken doch in alle Richtungen. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Neidgut da. Das war gar nichts. Passt auf, es ist Beipel. Das war gar nicht. Kurde. Tima. Aufschau nach Ziel halten. Position halten. Komm runter und kämpf, Batman. Seht euch da oben rum. Puh. Hä, da müsste er tot sein Alter, ist das kompliziert Alter, blöden Wichser mit ihren beschissenen Schwertern Hey, hey, warum wird das gezeigt? Boah, Alter Was? Aua Was schmeißen die? Heide dich doch jetzt Natürlich heizt du dich nicht Wie viel Leben denn noch? Was ist denn, was du dir sagst? Warte mal Vielleicht kann man das da auch von hinten machen Blödes Sieht nicht allzu gut aus für die Bettfamilie, was? Aber sieh's mal so Demnächst musst du deutlich weniger Weihnachtsgarten schreiben Woher wisst ihr jetzt genau, wo ich bin? Wie unlogisch Sonst haben die keine Ahnung Komm schon, Bats Diese verstümmelten Leichen warten darauf, dass du sie findest Kann doch nicht schlimmer sein als das, was ich dir so hinterlassen habe Klar Wie die das wissen, ne? Ich folge um nur mich Weißt du, was mit mir auf dem Luftschiff gemacht hat? Nee, muss ich auch nicht Habt die Jungs gesehen, nachdem der Obstauber gelandet ist Mehr als Nein Hallo Boah Hab'n noch Guck mal, jetzt Ja Verunlug mich jetzt Letzt voll betrieben Oh, Bruce Ich weiß, was du von dieser Möchtegern-Fledermaus hältst Das ging mir mit diesen billigen Joker-Kopien in den Filmstudios auch so Ja, Schnauze, ey Es kann nur einen Joker geben, Bats Und der bin ich Also, du Ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Herrgegerät großzeitig ladern Der interessiert das einfach nicht Der Unterbrüchen soll erlalala Also, dieses Distanz-Hacking, ne? Batman hat unseren Plan B auch fast verreitet Dieses Cloudburst-Ding, das Scarecrow wollte Er hat das vom Luftschiff geschafft, aber es war irgendwie nicht einsatzfähig Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert Aber ich kann immer bloß eine hacken Ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden Ach so Zeig's doch vorher So Und dann die Di Und dann sprühen Boah, da reicht alles mit Gewalt Immer mit Gewalt Und Gewalt Alfred Alfred Dann wäre da noch das kleine Problem mit dem Langstrecken-Raketenwerfer Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich ihn Bedwingen senden und den Cloudburst scannen Ich bin auf dem Weg Ich komme hier nicht schon vorbei Ah, jetzt geht's Kommt der bestimmt Wir haben das zweite Radar verloren Wie kann das sein? Er hat es an den Geschützturmen vorbeigeschafft Haltet den Raketenwerfer gefechtsbereit Ich herrsche über den Himmel Ich herrsche über den Himmel Voller Vogelmensch Ah, jetzt kommt der wieder Schnauze da Bist du eine lästige Scheiß-Vogelscheuche Er kämpft sonst gegen verengstlichte Straßenkülter Ich hab keine Angst Unterschätz ihn nicht Er sagt uns den einständig Hier zollt der Federmaus viel zu viel Aspekt Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm geradeaus Was ist denn das? Betragbarer Generator Ah, das ist so wie bei Wo willst du hin, wenn wir unseren Lohn kriegen? Sinterpris kann man Schön braun werden Könnt ja hier nicht passieren Wie ging ich da hin? Wie langsam nur was er immer macht Alles okay Jungs? Seht ihr was? Berecht! Ich bin okay Ja, ja, ich auch Ja, alles okay Hier ist nichts Alles wird gut Wenn wir aufpassen und zusammenarbeiten Ach da Ich hab ein Signal Überall Überwachungsspuren Versuche den Ursprung zu roten Kein Signal mehr, verdammt Krieg Krieg Die Frei Amik Komm 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 llen